Last but not the least, meine Freunde, das ist soweit. Ich weiß, die letzte Mission von der US-Kampagne. Und sie heißt Eroberung von Okinawa oder sowas. Und ich muss alle drei Basen erobern. Ich bin wahrscheinlich recht allein gestellt. Und werde wenig Unterstützung bekommen. Aber ich baue erstmal ein paar Hellcats. Mit denen gehe ich nach vorne. Ich habe hier schon eine Hellcats am Start. Was ist das hier? Die USS Boston. Okay. Das sind Judys, die werde ich abfangen ohne Probleme. Ich werde aber auch, dass alle sich auf den konzentrieren. Als praktisch Verteidigung, aber auch alle angreifen. Da sind meine drei. Ich werde mit der South Dakota. Das ist die erste Base. Zweite und dritte. Ich werde ein Schiff weiter vorfahren. Einfach mal so. Dann hoffe ich mit der Northampton-Klasse. Die ausschalten zu können. Oh, da wird eine Jäger-Staffel wird auf jeden Fall hier runter für die South Dakota geschickt. Das steht fest. So, mit der werde ich dann wohl, dass wir mal die Bettys abwehren müssen. Ich hoffe natürlich, dass sie mir jetzt keine Probleme bereiten. Das wäre nämlich jetzt extrem blöde. Die sehen recht fett aus, muss ich sagen. 1,4 sehen wir noch. Wann sind die in Reichweite? Jetzt. Komm schon, der muss... Der ist schon weg. Ja, der ist... Der hier muss auch weg. Haben Sie verärgert, Sir? Haben Sie erledigt, Sir? Da, da, da... Haben wir noch eine? Okay. Ich habe noch eine gelesen. Okay. Auf jeden Fall wird jetzt mit der Northampton-Klasse erstmal hier weiter geraapt. Das übernehme ich gerade persönlich, damit die ja keine Grütze bauen. Soll ich die kennen? Der... Ich weiß nicht, ich zähle jetzt, glaube ich, erst den Zerstörer schnell. Da ist gerade ein Flugzeug auf mich draufgestürzt. Oder fast. Der wird gleich Tapetos abschießen wollen. Der muss weg, 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 der muss weg. Der muss weg. Der ist weg. Der muss auch weg. Kriegt ihr noch? Nee, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Rechtzeitig. Oder? Doch. Weg ist er. Schön. Okay, Northampton-Klasse. Wir würden weiter uns vorwagen. Ich will noch eine Flugzeugstaffel hier unten haben. Die, die der verteidigt. Ihr Freunde der Nacht, dreht ab. Ihr seid viel zu weit vorne. Ich habe das noch lang nicht gecleared für euch. Dass ihr in der Lage seid. Hier standzuhalten. Ihr eskortiert hier unten. Da, 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 da. Mal schauen, ob die Yorktown noch einen starten kann. Die Yorktown ist voll gestartet mit ihren Einheiten. Ich habe keine Lust, meine ganzen Einheiten zu verlieren. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Die ist auf der Kauter kann auf das Ding schießen. Das ist klar. Das ist gut. Ihr solltet hier runterfahren. Halten wir die da ab, bitte. Scheiße, auf diese PT-Bauter, Jungs. Da steht noch ein... Hier holt euch gleich die Top-Base da oben. Mit der USS Boston, bitte. South Dakota. Ihr müsst hier runterfahren. Oh, die verliert Leben. Die hat... Halt, Moment. Die hat Brand. Was soll das jetzt? Das lange Y gerade? F2. F2. Der neue Zielkampf verbessert die Treffsäge. Alle Geschütze deutlich. Eine ausgedrückt Reparaturtruppe schlagigt die Insightseitung des Schiffes. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch gerade nicht. Das feindliche Schiff läuft ab, Sir. Die sinken. Die sinken. Die sinken. Die müssen sich bewegen, aber die sinken. Ihr müsst... Äh... Die hier verteidigen am besten. Schiffe sollten es von alleine schaffen. Deswegen... Ihr Flieger. In die Ratsaufsbote. Wir sinken. Sie geht runter. Sinkt. Feindliches Schiff ist gesunken. Hallo, Werft. Du bist gesunken gerade. Offiziell. Habe ich dich gerade vernichtet. Noch nicht ganz, aber fast. PT-Bord. Nehmt das PT-Bord weg. Ich klau mir gerade die Werft. Scheiße. Nein, nein, nein. Mitteltown, Mitteltown, Mitteltown. Du fährst gerade so in die Torpedos rein, dass du gerade verreckst. Was machen die denn? Warum sind die so weit vorne? Wo ist der Zerstörer? Da kommt doch irgendwo gerade ein Schiff. Wir sehen, dass da irgendwo ein Zerstörer kommt. Da ist er. Bleib stehen, du Kackbollen hier. South Dakota, du hast was zu tun. Ach, dann schießt die Werft da hinten ab, du Freihilfe. Raus mit den ganzen Geschützen. South Dakota. Rüberziehen. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Weich aus, weich aus. Okay. Scheiße, ich habe die Mitteltown vor. Ja, Mitteltown sinkt. Feindliches Schiff ist gesungen. Wir haben sie vom Himmel aus. Es sei denn, ich könnte meinen Flottennachschub den einsetzen. Den da. Fuck. Allemals von Bord. Das war der falsche Flottennachschub. Wenn du mal treffen würdest, weißt du? Feindliches Geschwader zerstört, Sir. Feindliche Flugzeuge nähern sich. Sinkt. Feindliches Schiff ist gesungen. Haben wir dich? Dich haben wir. Ihr solltet die hier vorne beschützen. Das ist wichtiger. Schützt die hier vorne. Mit dem Boot. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man sowas einnimmt. Gefechtsstand. Den muss ich zerstören. Gefechtsstand. Feuer frei. Gefechtsstand. Feindliches Geschwader zerstört, Sir. Besinkt. Feindliches Schiff ist gesungen. Scheiße, die haben kaum getroffen. Komm schon. Immer nur so knapp. Das gibt es doch gar nicht sowas. Nächster Schuss ist ready, einer. Ja. Habe. 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 Schieße. Feuer. 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 Jetzt ist es geht nochmal kaputt, du Kackding. Boston. Du musst so weit anfangen, dass du den Gefechtsstand angreifen kannst. Das ist mir hoffentlich logisch. Und ihr verteidigt bitte hier. Eine Boston und so. Weil die Boston muss den Gefechtsstand ausnehmen. Boston wurde vollkommen... Ich will doch nicht Y drücken. Ich will doch das hier drücken. 1,2. Seemann, da kann ich drauf feuern. Richten Sie alles, was nicht nach oben feuert, auf das Wasser. Umgeben Sie uns mit einem Vorhang aus Blei. Wir tun unser Bestes. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Hier ist der Förster USS Andromeda. Wir nähern uns mit Medikamenten für White Beach im Süden. Wo ist der Gefechtsstand da hinten? Was können wir für Sie tun, Andromeda? Halten Sie uns diese Kamikazes vom Hals. Die sind wie Moskitos. Weitermachen, so schnell Sie können. Wir halten den Himmel sauber. Ich hätte Bomber bauen sollen, aber ich habe gerade keine. Okay, Boston. Schieß das Ding. Ihr fahrt da runter. Nehmt doch das ein. Feindliche Flugzeuge nähern sich. Wir haben sie vom Himmel geholt, Sir. Sie werden angegriffen. Das feindliche Schiff seufzt ab, Sir. Wir haben sie. Feindliches Geschwader zerstört. Boston. Captured hier. Ich reiß noch die Werft in Stücke. Nehmt das Ding auseinander. Nehmt das Ding auseinander. Feindliche Flugzeuge nähern sich. Feindliches Geschwader zerstört, Sir. Wir haben sie vom Himmel geholt, Sir. So, der Kotte darf da einfahren. Gehen unter Beschuss. Ah, jetzt muss man einfach nur in den Kreis reinschicken. Dann nehmen die das von alleine ein. Okay, ich habe es verstanden. Langsam das Spiel. Oder wie es funktioniert zumindest. So, South Dakota. Du hast jetzt auch noch einen Job zu tun. Das hat er auch zu den letzten Stützpunkt einnehmen. Das heißt, einnehmen. Du darfst halt erstmal die Zeros da oben abschießen. Was hätten wir dann? Äh, ja. Ach, scheiß drauf. Die Zeros. Die können mir eh nichts machen. South Dakota darf aber davor fliegen. Der untere Stützpunkt gehört bald uns. Also ein Bomber. Ich würde sagen, du gehörst jetzt zu South Dakota, mein Freund. Ah, nicht Torpedos. Das ist da wirklich. Flack. Zeig, den habe ich. An den Drommelder. Was kann die denn? Was ist die gut? Was ist mit der los? Schaffen die es noch, den abzufangen? Sie haben auf dem offenen Meer die Yamato abgefangen. Ein riesiger Schlachtschiff. Sie ist unterwegs nach Okinawa. Dann hoffen wir mal, dass wir sie stoppen können. Sir, wir haben eine feindliche Geschützstellung geordnet. Okay, die South Dakota macht jetzt, glaube ich, den letzten Zug. Sei denn, ich will wissen, was mit der Andromelder los ist. Irgendwas hat Liebe zu bedeuten. Ich habe es jetzt vorher nicht verstanden. Rechtzeitig. Sir, die Landungstruppen stoßen tief in das Feindgebiet vor. Ja. Erster Kontrollpunkt, weil ich ein Kommandogebäude der Eurobohr hat. Nice. So ist das Ding. So gefällt mir das. Ich denke, der zweite Kontrollpunkt kommt beim zweiten Kommandopunkt und der dritte Kontrollpunkt kommt beim dritten Kommandopunkt. Oh, scheiße. Was machst du? Fahr nach oben. Greif die an. Beteilig die. Aber greif die an. Dreh dich doch. Hey, USS Water, da muss die Uso-Gumo angreifen. Ist auf der Korte, wie weit bist du weg von dem Flotten-Dingsbums noch ziemlich. Beteilig den. Ihr müsst mit der Hochfahrung noch. Wir werden angegriffen. Wir haben ein Landgeschütz ausgemacht, Sir. Fletcher. Ey, where's the waters? Ich übernehme. Ich übernehme. Sir, die Yamato ist denn das Operator was ist das hier? Das ist ein Schlachtschiff. Sieht aus wie die Yamato. Was bleibt uns anderes übrig, als die Yamato anzugreifen? Wenn wir nicht die dass sie ungesund aus sind, schießt sie uns in Stücke. Versenken Sie die Yamato. Sag ich doch.